Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xawok und zwar folgendes Ich bin gerade beim Essen, nach der Arbeit und die Soße war so lecker, deswegen habe ich den Teller abgelegt und jetzt sieht das so ein bisschen dreckig aus deswegen beschließe ich jetzt meine Bart zu kürzen weil es mich nervt und mich wahnsinnig macht Oh wei, oh wei, es ist weg es ist weg und wir gehen jetzt mal zu Xialin ich bin gespannt, wie sie reagiert Oh wei, oh wei, oh wei Oh mein Gott Ja, ich erkenne mich selber kaum wieder Oh mein Gott Hätte ich das echt tun sollen Weg ist es Extrem glatt Leo, erkennst du mich noch? Der Hund, glaube ich Hallo Leo Kennst du mich noch? Ja, Bart ist weg Was ein Unterschied Was ein Unterschied, gell? Krass So habe ich dich schon ewig nicht mehr gesehen Ja, so habe ich mich auch schon ewig fast ein Jahr oder so ist das jetzt, glaube ich schon Es könnte dabei sein, wie mein Bart wieder wächst Ja, voll krass, oder? Ja, ich genieße das jetzt erstmal Ich freue mich drauf, wenn er wieder gewachsen ist Wieso? Versteht ihr? Schon, gell? Ohne fehlt irgendwie was Es ist schon krass Es ist weg Und mir tut das ganze Gesicht weh Es brennt so Also sie rausgezupft, die Haare Na, aber ich glaube, mein Gesicht ist daran nicht mehr gewöhnt Ja, ganz schön Ganz schön, ganz schön anders Manometer Uwe, uwe, uwe